Schauen wir uns die Bemaßung an der Platte an, am einfachsten eine Platte ohne Veränderung und hier setzen wir einmal die Breite und einmal die Höhe. Wichtig ist, kein Maß darf doppelt vorkommen, das heißt, wenn ich hier nochmal eine setzen würde, das wäre dann überbemaßt, das darf man nicht machen, ein Maß reicht. Und zur Bemaßung selber, aus was besteht die? Einmal aus der Maßzahl, die ist immer von unten und von der rechten Seite auslesbar. Also wenn ich jetzt hier die Bemaßung gesetzt hätte, dann würde die Maßzahl auch von rechts lesbar sein. Also nicht nur die Maßzahl, hier haben wir dann den Maßpfeil, der ist 10 mm von der Körperkante entfernt und hört mit dem Pfeil auf, fängt mit dem Pfeil an. Und was hier jetzt noch rausgeht, da wo man das Maß antragen möchte von diesen beiden Ecken, da geht eine Maßhilfslinie raus, die ist dann praktisch 10 mm lang, weil ja der ganze Abstand 10 sein soll. Und auf alle Fälle steht der hier noch 2 mm über. Das ist wichtig, wenn man auf der Platte zeichnet. So, und dann fehlt eigentlich nur noch die Dicke, also die Tiefe. T ist gleich 2. Damit wäre die Bemaßung fertig. Wenn wir jetzt eine Veränderung haben hier unten, dann gehen wir wieder wie folgt vor. Wir haben eine Gesamthöhe und eine Gesamtbreite. Und am besten macht man das jetzt so, dass man hier nicht die Veränderung entsprechend bemaßt, also dass man hier praktisch das so rauszieht. Das ist ein bisschen komplizierter auch, weil es hier noch ein paar Regeln einzuhalten gibt. Sondern am einfachsten geht es damit, dass man hier praktisch dieses Maß und dieses Maß anzeichnet. Und dieses andere Maß, also diese 10 mm Breite, diese 10 mm Tiefe, die ergibt sich ja dann praktisch daraus, dass man hier das Gesamtmaß sieht. Und diese 10 mm an dieser Kante, dann weiß man also hier, das ist dann praktisch 10 mm. Wenn ich hier 30 habe und 20, die obere Kante, weiß ich, hier haben wir auch 10 mm entsprechend. Ja, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt mehrere Veränderungen im Körper haben? Hier würde sich eine Stufenbemaßung anbieten. Das heißt, ich gehe her, fange mit dem Punkt an und die nächste Veränderung, die mir hier in der Breite begegnen, das ist praktisch dieser Punkt hier. So, dann gehe ich wieder von diesem Punkt aus zur nächsten Veränderung. Und immer so weiter. Immer von diesem Punkt aus startend zur nächsten Veränderung. Bis wir dann praktisch sämtliche Veränderungen auf diesem Weg hier rüber, bis wir hier angelangt sind. Und dann haben wir praktisch sämtliche Veränderungen bemaßt. Das hier ist die Maßbezugskante. An dieser werden praktisch sämtliche Veränderungen angetragen. So, was ich im CAD-System jetzt nicht genau beachtet habe, also dieser erste Abstand, der ist immer 10 mm. Und die weiteren Abstände, die sind dann 8. Also hier von der Linie zu der, zur nächsten, sind immer 8 mm. So, an der Höhe, da fehlt es jetzt auch noch. Ich habe einmal... Also ich habe einmal diesen Punkt hier, den hier. Dann wieder diesen Punkt. Das wäre die nächste Veränderung. Zu dem hier. Nächste Veränderung. Und dann die komplette Höhe. So, hier habe ich jetzt alle Punkte von diesen zwei Maßbezugskanten über das ganze Werkstück angetragen. Kommen wir zur letzten Form, wenn ein Körper symmetrisch ist. Streng genommen müssten wir hier bei der einfachen Platte auch hergehen und sagen, okay, der ist symmetrisch, der braucht also hier zwei Symmetrieachsen. Hier haben wir das auch. Da ist er senkrecht symmetrisch. Und wenn wir das schon mal wissen, dann können wir jetzt die Maße über die Symmetrie antragen. Das heißt, wir haben eine Maßlinie. Das ist hier. Und die zweite, die wäre praktisch hier. Und von der Seite baut man wieder eine Stufenbemaßung auf. Also das heißt, ich fange hier an. Das wäre praktisch das erste Maß. Und das zweite. Damit habe ich den Körper entsprechend bemaßen können. So, dann noch kurz die Funktionen bemaßen im CAD-System. Ich verwende hier Smart Dimension. Wenn ich den Befehl aktiviert habe, dann ist der Mauszeiger so, dass alles, was ich anklick, entsteht eine Maßlinie. Beim ersten Klick entsteht die. Dann kann ich sie rausziehen. Noch mal klicken. Und dann ist die fest drinnen. Genauso hier mit der Höhe. Klicken, rausziehen, noch mal klicken. Dann ist die festgesetzt. So, in dem Fall bräuchte ich noch die Tiefeangabe. Das mache ich mit der Textfunktion. Dann klicke ich hier entsprechend drauf. Und dann kann ich entsprechend schreiben. T ist gleich 2. Ich kann auch entsprechend die Schrift in der Größe ändern. Also ich habe jetzt Schrift 3,5. Und ich kann auch die Ausrichtung dieser Schrift hier mit dieser Funktion auch noch mal entsprechend verändern. So, das machen wir weg. Dann kommen wir zur Kreisbemaßung. Das geht auch mit Smart Dimension. Ich klicke einfach den Kreis an und dann habe ich die Möglichkeit, Durchmesser innerhalb vom Kreis. Ich kann es nach draußen ziehen. Oder ich kann es auch dann so antragen, dass ich die Höhe habe. Ich mache das jetzt mal, weil dann kann ich noch ein paar andere Sachen zeigen. Wie zum Beispiel beim Kreis brauche ich immer eine Mittelmarkierung. Und dann ist die auch entsprechend gesetzt. Bei einem symmetrischen Werkstück haben wir immer die Symmetrieachse noch mit drin. Einfach hier oben Mitte anklicken, unten Mitte anklicken und dann das gleiche nochmal von links nach rechts. Und automatisch setzt er praktisch diese Strichpunktlinie. Je nachdem, wie weit man aufzoomt, schaut die natürlich immer so ein bisschen anders aus. Ja, dann haben wir noch eine Funktion und zwar die Abstandsbemaßung. Wenn ich jetzt hier nach da messen müsste, also von diesem Punkt nach dem hier, dann komme ich da hier nicht hin. Und dazu brauche ich hier diese Abstandsbemaßung. Wenn ich die aktiviert habe, dann kann ich also diesen Punkt anklicken und diesen Punkt. Und kann hier also dieses Maß entsprechend antragen und kann dann entsprechend eine Stufenbemaßung bilden. Das sind die hauptsächlichen Bemaßungsfunktionen, die man braucht. Mehr gibt es jetzt vorerst mal nicht. Okay.